Leute, es ist endlich soweit. Ich habe die 20 goldenen Kürbisse zusammen und damit genug für den gruseligen Sprössling, um ihn zu kaufen. Hier steht das Preis auch noch 350 Star Coins. Ich denke mal, dass man dann 350 Star Coins bezahlen muss, wenn man den irgendwo anders später in einem Shop kaufen kann oder was auch immer. Oder es steht einfach nur so da, weil hier steht ja auch Star Coins dazu. Ja okay, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall kaufen wir uns jetzt den gruseligen Sprössling und was steht denn hier noch als Text dazu? Dieses entzückend gruselige Satteltaschenhaustier ist in einem Abend vor Allerheiligen auf dem Kürbisfeld des alten Jasper erschienen. Der perfekte Begleiter für den süßes oder saures Gang oder das gemeinsame Singen auf heimgesuchten Wegen. Okay, dann würde ich sagen, kaufen wir ihn uns jetzt mal. So. Und da ist er. Deine Belohnung ist gruseliger Sprössling. Da steht es nochmal. Perfekt, wunderschön. Und jetzt ist hier so ein Hexen dran. So, da haben wir den Guten. Der läuft uns jetzt hier hinterher. Mega süß. Und wir gucken uns den nochmal genauer an. Was macht er denn so? Ja. Oh, wenn er sitzt, macht er das Auge so zu. Oh, ist das süß. Guck mal. Und wenn er in der Tasche sitzt. Oh, der hüpft immer so hoch. Und man sieht ihn auch richtig. Also er ist nicht richtig drin, sondern sitzt so obendrauf. Ist auf jeden Fall mega schön gemacht. Oh, er bewegt sich auch so cool. Und tanzt hier rum. Lassen wir ihn nochmal nebenher laufen. Rennen kann er auch gut. Ja, ist eigentlich ganz niedlich. Ist auf jeden Fall mega süß, der Kleine. Gut, das war es jetzt mit diesem kleinen Video mit dem Kauf von dem guten Kürbissprössling. Und ihr könnt ja mal schreiben, wie viele goldene Kürbisse ihr noch habt. Oder ihr schon habt, besser gesagt. Oder wie viele euch noch fehlen, bis ihr den Kürbissprössling kaufen könnt. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.